Wie sieht es bei dir aus mit der großen Führerscheinfrage? Hast du da auch persönliche Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Ich habe meinen Führerschein auch schon mal abgeben müssen. Da war ich noch kein offizieller Patient. Den war ich schon mal neun Monate los, ja. Das hat auch eine Menge Geld gekostet. Ich glaube, insgesamt mit MPU-Vorbereitung, der MPU selber, den Abstinenznachweisen, den ganzen Anträgen, dem erste Hinfußkurs und was alles dazu kommt, Am Ende landet man da schon so bei 4.500, 5.000 Euro, bis man den wieder hat. Das habe ich ausgegeben, damit ich meinen Führerschein wieder habe. Und jetzt als Patient ist es ja aber auch noch nicht ganz klar. Wenn die Polizei einen anhält, dann ich habe natürlich immer mein letztes Rezept, meine Stellungnahme vom Arzt, die Bestätigung der Krankenkasse und meinen Patientenausweis dabei. Also offizieller kann ich es nicht gestalten. Ich habe alles offizielle dabei. Wie das letztendlich der jeweilige Beamte beurteilt, da stecke ich nicht drin. Aber auch da ist es ja so, dass wenn dann die Meldung von der Polizei in die Behörde geht, dass die ja dann trotzdem nachprüfen wollen, ob man überhaupt am Straßenverkehr teilnehmen kann. Was ja in einer Art und Weise ja auch völlig legitim ist, weil die Führerscheinbehörde hat einem den Führerschein ja ausgestellt mit dem Wissen, dass der Verkehrsteilnehmer gesund ist. Wenn jetzt der Verkehrsteilnehmer eine Erkrankung hat, muss ja die Führerscheinstelle sicherstellen, ob derjenige noch am Straßenverkehr teilnehmen kann. Das Ganze wird dann über entweder eine MPU geregelt oder ein FEG, ich glaube Firelaubensgutachten. Das wird aber auch dort gemacht, wo man eine MPU hat.